Ja, ihr alle habt es mitbekommen, die Bilder gingen um die Welt. Am Wochenende gab es ein Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und der hat das Ganze natürlich medial ausgeschlachtet für sich genutzt, um seine Wahlchancen im November zu verbessern. Und tatsächlich sind seine Umfragewerte zuletzt gestiegen und das hat wiederum auch dem Bitcoin geholfen. Und zwar deswegen, weil sich Trump seit geraumer Zeit als Bitcoin- bzw. Krypto-Unterstützer inszeniert und auch deswegen glauben die Leute, der Großbank Standard Chartert, dass im Falle eines Trump-Siegs im November der Bitcoin zum Jahresende bei 150.000 Dollar stehen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Ganze realistisch? Und genau darüber und vieles mehr sprechen wir gleich im aktuellen Video. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Kettreport. Bei uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklären. Ja, trotz der Verletzungen im Ohr haben die Trump-Leute zuletzt bestätigt, dass Donald Trump wohl in der kommenden Woche auf der Bitcoin 2024-Konferenz in Nashville im Bundesstaat Tennessee auftreten wird. Die Organisatoren haben zugesagt, die Sicherheitsvorkehrungen nochmal zu verstärken, sodass wohl einem Auftritt als Speaker nichts mehr im Wege stehen dürfte. Und das ist ja eines der wichtigsten Events für die Bitcoin-Community in diesem Jahr. Und entsprechend bedeutend ist natürlich der Auftritt von Trump. Und Donald Trump dürfte wohl nochmal seine Unterstützung für den Bitcoin, für die Krypto-Community insgesamt bekräftigen. Er hat ja in der Vergangenheit angedeutet, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass jeder Amerikaner ein Recht auf Selbstverwaltung hat, also dass jeder Amerikaner Bitcoins in seiner eigenen Wallet verwalten darf. Außerdem möchte er erreichen, dass eben die Zukunft von Bitcoin in den USA stattfindet. Und hier geht es vor allem auch um die Bitcoin-Mining-Industrie. Die hatte ja zuletzt einen eher schweren Stand, weil einfach der Stromverbrauch der Miner relativ hoch ist. Also Umweltschützer und so weiter sind dagegen. Aber Trump hat seine Unterstützung für die Industrie signalisiert, hat sich ja im Vormonat nochmal mit den Führungsspitzen großer Mining-Firmen wie von Cleanspark und Riot getroffen und seine Unterstützung für die Branche nochmal bekundet. Und das dürfte übrigens auch mit ein Grund sein, warum die Aktien der Bitcoin-Mining-Firmen gestern an der Wall Street sehr deutlich gestiegen sind. Der Grund, warum sich Trump so vehement für die Kryptobranche einsetzt, liegt natürlich auf der Hand, denn es gibt über 50 Millionen Kryptonutzer in den USA, die natürlich potenzielle Wählerstimmen sind, die im November den Ausschlag geben könnten. Dazu kommt, dass der aktuelle Amtsinhaber, nämlich Joe Biden, eine relativ kryptounfreundliche Politik fährt. Er hat zuletzt zum Beispiel sein Veto gegen die Abschaffung dieses Staff Accounting Bulletin 121 eingelegt. Also diese Regel besagt, dass große regulierte US-Banken keine digitalen Assets für ihre Kunden halten dürfen. Und wenn Kunden Assets gehalten werden, dann müssen diese als Verbindlichkeiten in der Bilanz erfasst werden. Also eine relativ unsignige Regel und sowohl Republikaner als auch Demokraten haben sowohl im US-Senat als auch im US-Repräsentantenhaus mehrheitlich für die Abschaffung dieser Regel gestimmt. Aber US-Präsident Joe Biden hat von seinem Veto-Recht Gebrauch gemacht und quasi sein Veto eingereicht. Und das bedeutet, dass alles beim Alten bleibt. Und das heißt, dass die US-Großbanken weiterhin keine digitalen Assets, zumindest direkt für ihre Kunden, halten dürfen. Und das ist natürlich ein großer Nachteil für die Kryptobranche. Und das heißt natürlich auch, wenn sich die Kryptopolitik in den USA grundlegend ändern soll, dann muss ein neuer Präsident her. Und deswegen machen viele Leute in der Kryptobranche Stimmung für Trump. Und tatsächlich haben die Ereignisse zuletzt Donald Trump geholfen, was die Umfragewerte angeht. Also am Prognosemarkt Polymarket wird Trump jetzt eine 72-prozentige Chance zugeschrieben, dass er die US-Präsidentschaftswahlen im November gewinnen wird. Und das hat zuletzt für kräftig Aufwind an den Börsen gesorgt. Also der Bitcoin hat sich von diesen Verkäufen aus Deutschland wieder erholen können. Deutschland hat ja in den letzten Wochen seine gesamten beschlagnahmten Bitcoin-Bestände im Wert von knapp 2,8 Milliarden Dollar fast vollständig verkauft. Und in den letzten Tagen ist der Bitcoin-Kurs wieder deutlich gestiegen. Und wie es aktuell mit dem Bitcoin-Chart aussieht, da schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen in dem Bitcoin-Chart. In US-Dollar die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp. Und heute ist der 16. Juli am Dienstagvormittag. Und wir können den Bitcoin-Kurs bei etwa 63.000 Dollar sehen, nachdem der Bitcoin in den letzten Stunden wieder an die Marke von 65.000 Dollar schon herangelaufen war. Also das ist der 15-Minuten-Chart auf Binance. Und heute früh um etwa 6 Uhr waren wir schon fast wieder bei 65.000 Dollar. Aber dann folgte ein eher, ja nicht absturz, aber ein deutlicher Kursrückgang. Und das dürfte damit zu tun haben, dass eben dieser Mt. Gox-Treuhänder zuletzt Bitcoins im Wert von 2,8 Milliarden Dollar in eine Cold Wallet bewegt hat. Und damit wachsen die Befürchtungen, dass jetzt tatsächlich die Auszahlungen an diese geschredigten Mt. Gox-Kunden angelaufen sind. Und das sorgt natürlich für Ängste, dass diese Coins auf den Markt kommen. Mehr dazu gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf den Bitcoin-Chart. Denn in den letzten Wochen hatte sich ja das Chartbild eher verschlechtert. Wir sind unter dieser Unterstützung gefallen. Aber wir haben dann zuletzt einen Bullish-Crossover im Trendfolgeindikator MACD bekommen am 12. Juli. Und das spricht für eine Erholung beim Bitcoin-Preis. Und die haben wir auch gesehen. Wir sind an diese 50-Tage-Linie, diese weiße Linie herangelaufen, die bei 64.000 Dollar verläuft. Und ich habe das bereits im letzten Bitcoin-Video erwähnt. Auch wenn wir jetzt wieder an diese 50-Tage-Rinie zurückgelaufen sind, ist das noch keine echte Trendwende. Warum, möchte ich euch gleich noch zeigen. Zunächst noch ein genauerer Blick auf die verschiedenen Indikatoren. Wie gesagt, Bullish-Crossover im Trendfolgeindikator MACD, die auch weiter steigende Kurse anzeigt. Und auch der RSI-Relative-Stärke-Index. Klarer Aufwärtstrend. Bitcoin bzw. RSI noch nicht überkauft. Und das bedeutet, dass der Bitcoin noch Luft nach oben hätte. Und auch das Unbalance-Volumen OBV jetzt angesprungen. Bedeutet, die Großanleger sind eher auf der Kaufseite unterwegs. Und das haben wir zuletzt auch bei diesen Bitcoin-ETFs gesehen. Und das bestätigen auch die aktuellen Daten von CoinShares. Also in der Vorwoche sind wieder 1,44 Milliarden Dollar in Krypto-Investment-Produkte hineingeflossen. Und davon allein 1,35 Milliarden Dollar in den Bitcoin. Und man sieht, dass nach wie vor die Prämisse der Anleger ganz klar auf dem Bitcoin liegt. Und wenn wir uns das Ganze im Shaken-Money-Flow ansehen, können wir erkennen, dass dieser Verkaufsdruck, der sich im Juni und Juli aufgebaut hat, jetzt vollständig abgebaut wurde. Zuletzt hat sich sogar leichter Kaufdruck aufgebaut. Was ebenfalls für eine weitere Kurserholung sprechen würde. Und auch das 30-Tage-Momentum, das wir hier sehen, ist angesprungen. Ebenfalls positiv. Von daher könnte sich diese Kurserholung weiter fortsetzen. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir haben das Problem, dass im Wochenchart der Trendfolge-Indikator MACD nach wie vor bearisch ist. Wir haben dieses Bearisch-Cross-Over vom 29. April. Und für mich ist das der entscheidende Indikator. Solange der MACD auf Wochensicht nicht dreht, werden wir meiner Meinung nach keine echte Trendwende beim Bitcoin sehen. Von daher ist die Gefahr noch nicht vom Tisch, dass der Bitcoin auf diese 50-Wochen-Linie bei 48.000 Dollar nochmal zurücklaufen könnte. Also die Gefahr ist weiterhin vorhanden. Und zwar auch deswegen, wie gesagt, weil eben diese Mt. Gox-Coins an diese Kunden verteilt werden. Wahrscheinlich in den nächsten 30 bis 60 Tagen. Und mehr dazu jetzt noch gleich vor der Kamera. Also deutliche Kurserholung beim Bitcoin. Nachdem der deutsche Staat, der SPKA, quasi seine Coins weitgehend verkauft hat, sehen wir aktuell eine Kurserholung. Und diese Kurserholung ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass die Investoren in den USA das relativ niedrige Kursniveau beim Bitcoin dafür genutzt haben, um Positionen aufzubauen, um weiter Bitcoins zu kaufen. Das sehen wir vor allem in diesen Bitcoin-ETFs in den USA. Allein in den letzten zwei Tagen sind jeweils über 300 Millionen Dollar netto in diese Bitcoin-ETFs hineingeflossen. Und damit sprechen wir in den letzten sieben Handelstagen über Kapital-Netto-Zuflüsse in Höhe von knapp 1,5 Milliarden Dollar. Also das deckt sich in etwa mit den Daten von CoinShares. Aber das Geld kommt aktuell hauptsächlich über diese Bitcoin-ETFs in den Markt. Ich habe das bereits im letzten Bitcoin-Video schon angesprochen. Diese Kurserholung, die wir momentan sehen, ist noch keine Garantie für eine Trendwende beim Bitcoin. Denn es stehen nun noch diese Mt. Gox-Auszahlungen an. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Der Treuhänder hat zuletzt Bitcoins im Wert von etwa 2,8 Milliarden Dollar bewegt. Und damit sind aktuell etwa ein Drittel aller gesornten Coins, es geht hier im Fall von Mt. Gox, um etwa 140.000 Bitcoins im Wert von 9 Milliarden Dollar, die letztendlich zurück an die geschädigten Kunden fließen sollen. Und ein Drittel der Coins ist aktuell in Bewegung. Bedeutet, in den nächsten 30 bis 60 Tagen sollen diese Coins an die geschädigten Mt. Gox-Kunden gehen. Der Verkaufsdruck durch diese Mt. Gox-Coins dürfte sich eher in Grenzen halten. Und zwar deswegen, und das habe ich bereits im letzten Bitcoin-Video schon erwähnt, ist, dass von diesen 140.000 Bitcoins im Wert von knapp 9 Milliarden Dollar nur ein Teil. Und zwar zwischen 65.000 und 75.000 Bitcoins an Einzelinvestoren zurückgehen. Und diese Coins werden auch nicht alle auf einmal zurückgesendet, sondern der Treuhänder hat hier ein Abkommen mit verschiedenen Kryptobörsen. Insgesamt, glaube ich, sind es fünf, die hier diesen Treuhänder helfen, diese Coins quasi zu verteilen. Und diese Kryptobörsen, wie zum Beispiel Bitstam, haben 60 Tage Zeit, diesen Verteilprozess abzuwickeln. Und das bedeutet, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass alle geschädigten Kunden ihre Coins am selben Tag erhalten. Und damit ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle diese Coins an einem Tag auf den Markt kommen. Und von daher dürfte sich dieser Verkaufsdruck durch diese Mt. Gox-Coins in engen Grenzen halten. Bedeutet, es kann durchaus sein, dass es im Sommer noch zu einem leichten Verkaufsdruck kommen wird, dass wir nochmal einen kurzen Abwärtstrend sehen. Aber spätestens im Herbst ist mit einer Bitcoin-Rallye zu rechnen. Insbesondere dann, wenn sich ein Wahlsieg von Trump abzeichnet. Aber nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also ein Wahlsieg von Trump im November ist durch die jüngsten Ereignisse wahrscheinlicher geworden. Ganz unabhängig, wie man jetzt persönlich zu Trump steht, ist es einfach so, dass Trump eine kryptofreundlichere Politik fährt. Und von daher wäre ein Wahlsieg im November definitiv positiv, sowohl für den Kryptomarkt als auch für den Bitcoin. Und das gleiche gilt übrigens auch für seinen Stellvertreter, der gestern nominiert worden ist, nämlich J.D. Vance. Das ist ein Senator aus Ohio. Der gilt nämlich ebenfalls als kryptofreundlich. Vance soll ja Bitcoins im Wert von bis zu 250.000 Dollar halten. Das geht aus Unterlagen aus dem Jahr 2022 hervor. Und dieser Senator hat ja bereits ein Gesetz eingebracht, das eben Kryptofirmen besser vor Überregulierung aus dem Bankensektor schützen soll. Also das Trump-Lager gilt definitiv als eher kryptofreundlich. Und daher dürfte ein Wahlsieg von Trump im November auf jeden Fall positiv für den Bitcoin und für den Kryptomarkt insgesamt sein. Die Analysten der Londoner Standard Chartered Bank sind daher besonders optimistisch. Bei einem Trump-Sieg rechnen sie damit, dass der Bitcoin bis Jahresende auf 150.000 Dollar steigen könnte. Aber diese Prognose ist mit Vorsicht zugeniesen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Londoner Banker in der Vergangenheit mit sehr überdrehten Prognosen aufgefallen sind. Sie haben unter anderem schon für das Jahr 2022 einen Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar prognostiziert. Ist bekanntlich nicht in Kraft getreten. Daher, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn wir bis Jahresende mit drei bis vier kurstreibenden Faktoren rechnen können. Erstens Zinssenkungen. Zweitens Einführung dieser Ethereum ETFs. Dann eine wachsende Akzeptanz dieser Bitcoin ETFs. Wir haben ja zuletzt erhebliche Kapitalzuflüsse gesehen. Und nicht zu vergessen, ein möglicher Trump-Wahlsieg im November. Von daher halte ich persönlich Bitcoin-Kurse von 85.000 bis 100.000 Dollar bis Jahresende. Vier realistisch, aber nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Glaubt ihr, dass ein Wahlsieg von Trump im November den Bitcoin auf über 100.000 Dollar katapultieren wird? Bitte kurz in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich sehr gerne ein Abo dalassen und meine Videos an andere Krypto-Begeisterte weiterempfehlen. Darüber würde ich mich ganz besonders freuen. Ansonsten geht es am kommenden Donnerstag weiter mit einem neuen Krypto-Projekt, das ich euch vorstellen möchte. Der Kurs dieser Krypto-Begeisterung ist ja in den letzten zwölf Monaten schon um knapp 5000 Prozent gestiegen. Und das, obwohl noch kein Mainnet da ist. Dieses Projekt steht nach wie vor relativ am Anfang. Mehr dazu dann voraussichtlich am kommenden Donnerstag. Und das war es für heute fast schon. Nur noch ein kurzer Hinweis auf unseren Krypto-Report am kommenden Samstag. Dort geht es dann um Ripple. Der Kurs der Kryptowährung XRP ist ja in den letzten Tagen auch schon deutlich angestiegen. Und zwar deswegen, weil es Gerüchte über ein Geheimtreffen in dieser Woche zwischen Ripple und der SSI gibt. Und das könnte bedeuten, dass eine Einigung unmittelbar bevorstehen könnte. Mehr dazu dann am kommenden Samstag in unserem Krypto-Report. Meldet euch einfach an, wenn ihr noch nicht angemeldet seid. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos für euch. Und damit sind wir für heute schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.